Wohin geht der Trend bei Social Media? Was bringt ChatGPT und wir sehen Best-Practice-Beispiele aus? 140 Experten aus 90 bundesdeutschen Unternehmen verwandeln Künzelsau zum pulsierenden Hotspot für digitale Innovation. Was kann die künstliche Intelligenz schon jetzt bei Marketing und Kommunikation? Beeindruckend wie ChatGPT E-Mail-Anfragen beantwortet. Falschinformationen und betrügerische Online-Shops warten auf gutgläubige Internetnutzer. Fake im Internet kann erkannt werden. Mehr Risikobereitschaft im Umgang mit Social-Media-Plattformen wünscht sich Zielabeg-Chef Marc Wucherer. Menschen folgen lieber Menschen statt Marken oder Unternehmen. Das gilt auch bei Mercedes-Benz und dazu gehört ein solides persönliches Profil auf LinkedIn. Wie erreiche ich junge Menschen? Natürlich mit E-Sports. Exot, Trendsetter und Möglichmacher. Das Industrieunternehmen Zielabeg auf TikTok. Im Workshop gibt es die Do's and Don'ts auf der Plattform. Tipps zu Heart und Software im vertikalen Filmen gehören natürlich auch dazu. Vorträge und Workshops sind der Rahmen. Das Netzwerken ist das Salz in der Suppe. Selfies für Instagram und LinkedIn lassen Tausende an den Social Media Days bei Zielabeg teilhaben.